so willkommen zurück und noch mal warships heute läuft es bei mir nicht so die letzte runde ich heute gespielt habe mit der fuso und der katholik war nicht toll bin halt auch nicht so in form deswegen probiere ich jetzt einfach mal die leiern die hoffnung vielleicht doch noch die schaden zu machen ja gut gemacht wir sind losgefahren gut gemacht selbe karte wie vor der letzten runde wir bleiben erst mal links also wenn ich hier links fahre werde ich allein also ein lenk ich weiß noch nicht ich bin noch verwirrt die können wir eigentlich gleich na komm noch ein stückchen naja nicht wieder zurückdrehen ach mist 5000 Oh, die dreht wieder zurück. Oh, die dreht wieder zurück. Oh, die dreht wieder zurück. Mal versuchen, ob ich so mehr von der Seite bekomme. Oh, fahr schneller, Schiff, fahr schneller. Oh, die dreht wieder zurück. Oh, die sollte eigentlich gleich, die anderen sollten sie eigentlich rausnehmen. Oh, die dreht wieder zurück. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist, hier außenrum. Oh, da steht noch was. Oh, nee, die Egel oder Asiangyang. Warte mal. Nee. Keiner von beiden. Wer schießt denn da? Ich weiß nicht, ob die Egel oder Asiang. Ich weiß nicht, ob die Egel ist. Ich weiß nicht, ob die Egel ist. Ich weiß nicht, ob die Egel ist. Und Alley. Zahre mal. sehr gut und feuer aus die 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 guck mal was trifft ich glaube nicht ich glaube nicht Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt ist er wieder zu. Ach, die steht da. Ach, er ist raus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Bin definitiv zu weit vorn. Oh Mann, oh Mann. Dann machen wir mal ein Dreh. Nürnberg und... Nee, die ist auch raus. Nein, das ist noch ein Schauf. Schauf, schauf, schauf. Ja gut. Da komme ich nicht ran. Da komme ich nicht ran. Irgendeiner? Keiner. Ja, die fahren alle außer Reichweite. Ja, ist gleich vorbei. Da komme ich nicht mehr zum Schuss. Oh, wobei. Gleise noch dreht wieder zurück. Ja, okay. Oh, Türpitz hat Kacke freilassen. Ja gut. Hat das doch diesmal funktioniert. Freue mich. Und mein Durchschnittsschaden nicht ganz erreicht, aber 60.000 oder 61 ist okay. Einbrand, was? Geben Sie ein Gefächt und verdienen Sie einen Treffer an Zitadelle. So. Oh ja, Mittelfeld. Ist okay. Ist okay. Also das war eine Runde mit der Leon für mich so. Ja, nur vom Schaden her und Zitadellen und so weiter. Ja, war okay. Gut. Dann beende ich hier die Folge und ich wünsche euch noch was. Tschü tschü.